Hi Ladies! Carla hat mich gebeten, hier ein Outfit zu kreieren, was im Discoal-Stil ist. Und wie ihr seht, habe ich dir diesen Gefallen getan, doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video finde ich auch nochmal alle Details zu den Sales, damit ihr nichts verpasst. Carla liebt die Marke Discoal und zu dieser Marke gibt es wirklich eine hammerharte Geschichte zu erzählen. Aber die wäre jetzt zu lang und somit knüpfe ich sofort am Outfit, was ich für Carla kreiert habe, an. Denn schaut euch dieses wunderschöne Kleid von der Marke an. Das Kleid hat so viele Raffinessen und Details, man kann sie gar nicht alle aufzählen, aber ich gehe jetzt auf die wichtigsten ein. Denn A, der Vizokos-Stoff ist so schön zu tragen, dass er euch auf der Haut wie purer Sommer vorkommt. Und das war auch Carla ihr Wunsch, sie hat eine Sommerparty mit einem gewissen Motto und da sollte auch ein Kleid, ein Outfit dazu sein, was wie die Faust auf Auge passt. Und da denke ich, hier habe ich Carla genau den Geschmack getroffen, was sie gesucht hat. Und jetzt schauen wir mal genauer hin. Erstmal das typische Muster von der Marke. Und wenn ihr jetzt genau hinschaut, seht ihr, was ich meine. Denn im Teilenbereich ist eine extrem schöne Raffung gebildet, um die ein oder anderen Pfunde am Bauch wegzuschungeln und automatisch eine wunderschöne Teile euch gebildet werden. Ich denke, hier habe ich auch für Carla was gefunden, weil sie hat erst vor kurzem ein Kind bekommen. Und da ist so ein Kleid perfekt geeignet, um wunderschön auszusehen und um die Geburt einfach mal zu vergessen und zu verstecken. Und da hat Carla, denke ich mal, hier ein Kleid, was genial aussieht. Von hinten, wie ihr seht, auch ein Blickfang. Aber einen Punkt möchte ich nochmal genauer eingehen. Denn der wunderschöne Wasserfallausschnitt, der zurzeit ja voll im Trend liegt. Und die Kombination mit den ganzen Details, schaut euch einfach mal an, klickt mal drauf, werdet ihr sehen, dieses Kleid ist geschaffen für den puren Sommer und Luxus. Und dazu empfehle ich euch jetzt noch ein paar schicke Accessoires, um dieses Outfit in diesem Gualstil komplett durchzuziehen. Denn zu so einem wunderschönen Kleid würde ich euch ein paar wunderschöne Stiletto-Sandalen empfehlen, wie diese hier. Warum? Natürlich, weil es Sommer ist. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass vorne auf den zarten Riemchen viele Strasssteinchen und Nieten sind in diesem gleichen Farbton von Grün und Blau, was sich dann quasi im Kleid widerspiegelt. Und oben am Knöchel der zarte Riemchen schön verspielt und sexy. Und eins kann ich euch damit versprechen, damit bekommt ihr einen wunderschönen Fuß, ein ewig langes Bein, auch Grund, dieses Kleid vorne noch diesen schönen Schlitz hat. Und die Männer werden euch wirklich hinterher schauen. Und die einen oder anderen werden euch wahrscheinlich fragen von den Mädels, wo hast du diese schönen Sandaletten her? Also verratet es ihnen doch einfach mal. Und um das Ganze hier mit dem Schwarz widerspiegeln zu lassen, würde ich euch eine ganz einfache schwarze Handtasche, wie diese hier empfehlen, ohne viel Schnickschnack, denn das Kleid von der Marke ist schon genug Blickfang. Und da würde ich es nicht übertreiben, sondern da am Schuh ein bisschen Bling-Bling noch, ein bisschen verspielt. Bei der Handtasche schlicht schwarz, vielleicht ein bisschen mattiert. Und natürlich darauf achten, dass die Handtasche genug Platz bildet und schöne Stauraumfasche hat, damit ihr nicht ewig euren Schlüssel oder Handy suchen müsst. Und dann habt ihr ein Outfit, was sich sehen lassen kann. Aber ein, was möchte ich noch oben draufsetzen, das E-Pümpchen. Denn was fehlt der Schmuck? Sommer, nicht zu viel auftragen. Das könnt ihr gerne im Winter machen, da ist es angebracht, aber im Sommer muss es leicht locker flockig sein. Und da empfehlen sich ein paar wunderschöne Ohrringe wie diese hier und wie ihr seht, passend zum Kleid. Diese pfauen Augenfedern, ich liebe sie. Man kann wirklich nur sagen, wer einmal solche schönen Federohrringe gehabt hat, will nur noch solche haben. Und ich kenne schon Frauen, die leider entweder einen verloren hatten und wirklich danach hinterher getraut haben. Und bei so einem wunderschönen Ohrring werdet ihr der Blickfang von jeder Sommerparty sein. Und wenn ihr, wie Carla, so ein wunderschönes Outfit wie dieses Jahr auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und die zugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?